Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel L.P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. In der letzten Folge haben wir uns den Report von Folio angeguckt und seine Gründe hier erfahren, warum er Alicia angeschossen hat und was er über die Valkyria herausgefunden hat und die Darksons und so weiter und so fort. Wir fangen mal mit Kapitel 15 an. Ich werde schon mal jetzt sagen, zum Kampf jetzt in diesem Portal... Ja, das ist passiert, wenn man Partenfolge auf einmal aussprechen will. Freude! In dieser Folge wird es wahrscheinlich kein Kämpfen mehr geben, deswegen, ja, macht euch darauf gefasst. Du fällst eine Zitadelle. Wie man an eine Zitadelle stürzt. Oder irgendwie sowas. Nö? Ja, okay. Okay. Ich habe jetzt ein Mikrowehraus. Ich habe jetzt ein Mikrowehraus. Geyrlandaio. Jeyrlandaio. Schon Bad Szenen vorbei. In dieser Skombination die letzten Landw inquiry veranleitet worden, hier haben wir unser unernehmbares vor für dieses spiel was aus irgendein grund von uns eingenommen wird nehme ich mal an die gebrономische hervorragend gestellt der messenger die kreinerlehrer nicht die take meyer kreiner im haus veriffs siitä dicke ok da wird jetzt nicht so gesagt hier im sachen im sinne von einer nehmen warer fest und also bald irgendwie so eine festung so gehalte wird dann ist es doch Offensichtlich steht die Hauptcharaktere, die irgendwann einnehmen. Und das sind wir. Geil! Volle Möhre rein. Okay. Oh, lässt mich. In seine Befehle können wir verzichten. Volle Möhre rein, ne? Oh, du hast das reich. Ich habe ein Wunderband von der Diener-Granai. Was hat das also bei der Diener-Granai? Davon ist, dass wir aus der Diener-Granai ein-Tuch-Lagen-Auslauf-Modell katzen müssen. Und der Wenden von der Diener-Granai, was bedeutet das? Ja. Die Diener-Granai ist wie gesagt. da kann ich ja gar nicht mehr Ah, das ist... Du wirst die Tür öffnen. Du weißt, nicht wahr, Bar-Rot? Verdammt... Du wirst wieder eine gefährliche Aufgabe für uns. Wer bist du? Aber... Du wirst jemanden, die das nicht zu tun haben, nicht wahr? Wahrscheinlich nicht. Das stimmt. neuer episode cool 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 ich weiß was er bedeutet aber deutsch an irgendwas wie gemein blutrünstiges oder irgendwie so was grausam genau glaube ich so Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Das war's für mich. Ich habe mich nur mit dem Nachdenken. Herr Kahn, ich möchte mich jetzt noch einmal... Ich möchte mich für den Kahn. Ich möchte mich für den Kahn. Ich möchte mich für den Kahn. Ja, das ist sicher. Nachdem ich den殿, der ich noch nie bin, noch nie bin, noch nie bin, noch nie bin. Ich habe gesagt, dass ich den殿. Ich möchte den殿, dass ich den殿. Das stimmt. Das stimmt. Denka! Ich bin dein Leben. Ich bin dein Leben. Ich bin dein Leben. Selberi. Ich bin dein Leben. Ich habe immer noch nicht nachgeguckt, weil ihr Stimme von Lelouch hat. Ich weiß nicht, dass ich die Kraft von Valkurien nicht verweigern kann. Aber ich habe nur eine Art und Weise, dass ich die Verlust von Lelouch hat. Ich habe mich nicht nur noch einen Schuss, sondern ich habe mich nicht mehr für dich. Ich habe mich nicht mehr für mich. Ich habe mich nicht mehr für mich, wenn ich mich nicht mehr für mich. Für die Brüder starten wir die Bauchver давай zurück zum Teil des Abähes. Ich werde schon bald beinahe compares hin bis zum Beispiel. Was ist? Dann einfach direkt bei einem Amma? Ach so ist es, wurde es angekommen. Dann habe ich einen kleinen Ghalus-Ghalusen zu Ende für die Wahl get hardcore. all-heil-britannia damit sie war aber ich sie doch voll cool bracing for battle breit machen für den kampf ja die letzte flamme der waküren ja so dass du bedeuten so kann Also, ich werde mit dem Schrauben erzählen. Ich habe von anderen Schrauben gehört. Ich habe gesagt, dass wir mit dem Schrauben auf dem Schrauben auf dem Schrauben. Ja, aber ich habe mich nicht zu tun. Ich bin ein Geist. Ich bin ein Geist. Ich bin ein Geist. Oh! Ich bin der Mann, der Mann, der Mann. Wir haben jetzt die Beobachtung. Das ist der letzte Wettbewerb. Das ist für mich, der Mann, zuhören. Ich bin der Mann, die Alessia. Ich bin der Mann, der Mann, die Sie brauchen. Entstanden. Dann haben wir hier. Ich weiß, dass ich es nicht so gut... Oh, jetzt ist es schwierig, aber jetzt ist es schwierig, wenn Alicia und die Team nicht gut sind, dann wird es nicht so gut sein. Ich glaube, Alicia wird alles wiederholen, aber... Okay. Direkt nächste Szene. Jo. Melki, you're feeling good. Thank you. Melki, I've heard about Faldio's story. That's right. Ich bin ja, wenn ich in den Händen gehe, dann bin ich, und ich bin der Valkurier. Ich bin der Heilige Geist. 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 Ich bin der Grund, was ich identify, als ich für Probably together so desperateere Leben esses oberen. Ja,� structurne ich dir auch ... dürfen Sie ja daran aussehen, eines Versuch, glaube ich. Entiera das Gefühl. Ichvell, bald aus. was er kann oder sind zwei kämpfe sich gerade für a und 5 also so aber vor der party wenden einst gemisch da kann man glaube ich nicht machen ich brauche geld okay ich möchte wenigstens jetzt geben ich einmal jetzt jetzt gehen ich war von marbury show er hat noch ich auch noch nicht ich habe mir mal eins gäbe ich irgendwie so gegönnt oder zwei hier von die ersten beiden habe ich mir mal gegönnt die alle in einzug zu machen ein bisschen hat er was gemacht eine irgendwie hat mir auch weiß ich nicht nur dem auch irgendwie keine ahnung so 3000 punkte nur eine hat mir 67.000 gebracht das bringt es irgendwie nicht so ich hätte ich irgendein anderes level hier noch mal durch zu ballern hatte ich auch kein bock mehr ein neuer befehl antidote was okay negativer stadt damit kann ich nicht irgendwann gleich mit ob ich nur kaufen irgendwie angefangen ja sehr mit dem zug hier wollte ich hier als gemisch machen um mir ein bisschen geld zu verdienen aber ich irgendwie nicht mal ab der hälfte schon kein bock mehr so lang war und das schon wieder einiges schief gegangen deswegen habe ich die erste mal ein level gemacht und auch noch was gemacht ein bisschen ja hm ich habe hier und hat bedeutet das denn ich muss irgendwie geld hier ich habe gar nicht so viel jetzt sehe ich gerade zum clip sei es ab auch gehen die man hat ich habe jetzt nicht alle ausgibt sind ganz ehrlich clip sei es wie viel denn steht ja gar nicht egal wird gemacht jemand gekauft und bringst du die einzelne waren auch was neu ist keine ahnung jedenfalls da können wir auch irgendwann mal reingucken ich vergesse diesmal ja wir beenden jetzt erstmal hier den bad und ich sehe euch dann in der nächsten folge von let's play valkyria konnte ich bedanke mich herzlich fürs zuschauen sagen tschüss